und morgen erst mal heute will ich mal erzählen was man machen kann denn beim opel astra baujahr 2017 in dem fall die batterie alle ist also kam ich eines morgens zu meinem opel astra und merkte schon ja geht nicht hoch und runter was soll das gut es war also zugeschlossen man kam also nicht mehr hier ran und ich erinnerte mich dass ich glücklicherweise mal in der bedienungsanleitung gelesen hatte dass man hier muss man hier drauf drücken beim schlüssel und dann kann man den rausziehen und dann hat man einen eigenen schlüssel und muss dann von hier hinten kann man hier unten rein drücken dann geht die kappe nämlich ab hier muss man dann rein drücken dann geht die kappe ab dann kann man hier die schlüssel reinstecken und sein auto aufschließen so dass man überhaupt noch ans auto rankommt das passiert dann nicht weil die batterie ist ja kommt also meine batterie war komplett alle wirklich komplett alle und kaputt auch noch wie feststellen musste gut dann habe ich natürlich wie wie man das normalerweise früher immer gemacht hat oder bei anderen autos gemacht hat wollte ich dann vorne batterie erst mal gucken also hier den hebel hier unten ziehen aufmachen ich habe jetzt schon die motorrad motorhaube aufgemacht und dachte wo ist die batterie und dann fiel mir halt wieder ein ach ja die ist hinten im kofferraum das hatte ich glücklicherweise mal gelesen man kann aber natürlich überbrücken indem man hier und vermutlich hier irgendwie an einer karosserie plus und minus macht hier sieht man auch so ein plus und darüber hat man halt eine verbindung da kann man im ufer auch eine starthilfe dann geben also das hatte sich auch für mich dann erst mal erledigt dann habe ich mich hier durchgehangelt ich mache das jetzt mir ein bisschen einfacher die tür ging natürlich nicht von außen auf sondern ich musste von hinten hier durchgreifen und hier am griff das aufmachen muss das einmal herum und dann muss man nämlich an die batterie hier ist nämlich im kofferraum dann macht man kann man halt hier den rücksitz abmachen und da machen da musste ich mich denn hier so als 193 mensch rein quetschen ich hatte auch noch im carport die pfosten davor aber ist eine andere geschichte und dann kann man nämlich hier sein das hoch machen das ding raus nehmen und dann ist hier die batterie die muss man hier und hier dann abschrauben logischerweise und eine schraube ist hier noch unten hier unten damit man das dann hoch heben kann ja die habe ich dann rausgeholt habe versucht die zu laden ging nicht weil die sie war einfach kaputt habe ich halt im internet geguckt ja nach einer günstigen batterie gab es auch für 145 euro damals bei autodoktor aber ich brauchte sie ja natürlich zuvor ich musste ja zur arbeit also habe ich einen kumpel nachbarn klar gemacht der hat mich dann zu atu gefahren die das war das nächstgelegenste teil und da habe ich diese hier dann für über 200 ich glaube 240 euro muss ich dann ausgeben also fast 100 euro mehr als sie gerade im angebot waren aber was soll's ich brauchte sie halt man sollte bei der batterie auf jeden fall darauf aufpassen dass es die gleiche ist also 80 ampere und das ist natürlich eine also es muss eine agm batterie sein und hier noch mal zur erklärung bei dem lösen der schraube hier die schraube ist so lang und die da sitzt halt hier unten das heißt wenn ihr mit einer verlängerung und knarre arbeitet die ihr braucht sonst kommt ihr ja da unten gar nicht richtig ran dann müsst ihr die ganz leicht nur aufsetzen und versuchen die zu drehen oder ihr müsst halt einen langen knarrekopf haben oder ich weiß auch nicht genau ich habe es gerade noch so eben hingekriegt aber da kommst du halt eben nicht mit einfach nur mit dem schlüssel ran oder so oder nur sehr schwer also eine knarre wäre das schon ganz gut ja dann habe ich die halt ausgebaut und dann wie neu gekauft und wieder eingebaut und dann war die frage noch ob dann war die frage noch muss man die anlernen das war auch für mich was ganz neues dass man die batterien anlernen muss und das ist auch bei der hier so aber wenn du das auto start ist dann besteht das anlernen nur auf alle fenster einmal runter und hoch machen und dann ist gut und dann bin ich halt noch eine zeit lang ein bisschen durch meinen job fahr ich halt auch längere autobahn strecken und so und noch besser wäre natürlich gewesen wenn man die vorher noch mal an das ladegerät macht und dann die batterie vorher voll auf das habe ich nicht gemacht ich habe sie gleich eingebaut bin ein bisschen noch länger gefahren und das war auch okay also da muss man sich keine großen gedanken machen die sind halt vorgeladen und man kann wirklich im prinzip wenn man es eilig hat wie ich rein wieder festschrauben noch kurz anlernen und dann kann man losfahren und alles ist wieder gut das war es ich hoffe ich konnte euch ein bisschen mit eurem problem helfen wenn ihr noch fragen habt schreibt das gerne in die kommentare lasst gerne auch einen daumen nach oben da oder auch nach unten wenn es euch danach ist und bis zum nächsten mal danke und ein problem ist natürlich du kommst muss dich da rein quetschen die heckklappe die kopfraumklappe geht nicht hoch das ist rein elektronisch weil man bei meinem toyota war hier hinten noch so 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 ein griff da konntest du dann daran greifen und dann ist die auch noch mal mechanisch hochgegangen beim cadet k gibt es das nicht mehr das ding bleibt zu du musst also durch diese klappe also durch die tür da dich rein quetschen und die batterie raus wuchten hinten geht nicht richtig bescheuert überlegt von denen aber na gut man kann es nicht ändern opel cadet k ich bin eines morgens kam ich neulich zu meinem opel cadet schuld